Mit Produktvielfalt und Top-Service punktet Radio Winterbauer in Heidelberg. Der Traditionsbetrieb wurde schon für über 55 Jahren gegründet und im Jahr 2014 von Familie Vogel übernommen. Als Mitglied von Teelering bietet das Unternehmen seinen Kunden diverse Artikel aus der Welt der Unterhaltungselektronik, genauso wie aus dem Bereich der Antennen- und Empfangstechnik. Zum Sortiment gehören viele bekannte Marken wie zum Beispiel Technisat, Panasonic und Metz, deren Produkte Sie direkt im Geschäft begutachten und testen können. Auf Wunsch werden diese gerne geliefert und fachgerecht installiert sowie eingestellt, sogar inklusive professioneller Einweisung. Steffen Vogel ist ausgebildeter Techniker für Informationselektronik und berät Sie gemeinsam mit seiner Frau stets ausführlich und persönlich. Darüber hinaus geben Ihnen die beiden wertvolle Tipps zur Pflege und Bedienung. Radio Winterbauer – in jeder Beziehung Klasse statt Masse.